Hi! Hallo! Willkommen bei der Randalien News. Ich bin happy. Ich auch. The Choices. Endlich auf Vinyl. Juhu! Wahnsinn, da wartet man ewig und plötzlich ist es da. Toll. Super Album. Vielleicht hat der ein oder andere es schon auf CD oder mal Kurt online oder so. Jenny Wu mit französischer Band. Ich finde es sehr, sehr klasse. Bei dir läuft es sowieso ständig im Büro. Und es gibt 100 in limitiertem farbigem Vinyl. Ich zeige es euch mal. Auch was ganz Besonderes. Große. Ja. Vielleicht gefällt es nicht jedem. Ich finde es mal was anderes und darum geht es. Ja. Gibt es zu bestellen. Release Date am 11. Dezember. Also, dass ihr es noch pünktlich als Weihnachtsgeschenke kaufen könnt. Wie gesagt, diese Woche dann auch im Shop. Schaut einfach mal rein. www.randaleshop.de Ja. Super. Viel Spaß wünsche ich damit. Bis denn. Tschüss!